Der dürfte wahrscheinlich wissen, dass ich das immer nach drei Sachen mache, immer nach dem Why, also dem Warum, also warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema BI Governance insbesondere mit dem Power BI Service und dort den Möglichkeiten, denn das How, also das Wie, machen wir es dann genau, also was haben wir denn auch für Möglichkeiten im Power BI Service und dann das What nochmal überzugehen, aber auch. Dennis Hofstätte ist mein Name. Ich habe heute mal ein, inzwischen auch mein zehntes, meinen zehnten Summit Vortrag, auch hier auf den Summits von Christian und Michaela und ich habe mir einfach mal ein ganz anderes Thema ausgesucht. Ich habe mir mehr heute mal das Thema Power BI bekennt. Ich habe sehr viel in den letzten Summits zu dem Thema Frontend, Visualisierung, gute Dashboards, aber auch schon Fachthemen rund um das Thema People Analytics, HR Analytics gemacht und irgendwie war es mir doch ein besonderes Herzenthema, auch mal über den Power BI Service mehr und mehr zu sprechen, weil damit auch ganz viel das Thema Data Governance schon Einzug hält und Data Governance, da haben halt viele Leute immer sehr schnell Angst, dass es ein unglaublich großes, teures Projekt wird und ich merke es ja selber in meinen Gesprächen, die ich mit Interessenten und mit unseren Kunden führe, dass dieser Sidetrack immer, immer wichtiger wird und da habe ich einfach mal ein bisschen was vorbereitet, woran ich euch heute dran teilnehmen lassen möchte. Deswegen, ich gucke immer mal wieder regelmäßig in den Q&A Bereich als auch in den Chat, also fühlt euch immer mal motiviert, einfach was reinzustreiten. Ansonsten, schon mal morgen macht ein Mitarbeiter von mir auch noch den Workshop der Power BI Sprechstunde, also auch dann, wenn ich vielleicht heute gewisse Fragen noch offen lasse oder nicht beantworten kann, fühlt euch einfach frei, dort morgen nochmal reinzugehen und meinen Mitarbeiter, dem Florian Wiefel einfach da einfach zu knebeln und ihm die Antwort zu entlocken, weil er sowohl im Frontend als auch im Backend, also im Bereich Power BI Service sehr stark unterwegs ist und ich glaube, damit sollten wir auf jeden Fall starten und sage erst nochmal einen schönen guten Morgen und ich freue mich erstmal, dass jetzt über 60 Leute hier in diesem Track gefunden haben. So, machen wir mal einmal das Thema Bildschirm teilen, machen wir mal ein Fenster, so, teilen. So, ihr dürftet auf jeden Fall was sehen. So, kurz gucken. Und zwar, ich sitze halt leider jetzt nur vor einem Bildschirm, deswegen sehe ich gerade, sehe ich es nicht, aber ich glaube, sonst würde das Band schon was sagen, wenn ihr was seht. Thema, was ich heute mitgebracht habe, Power BI Governance, ich hatte es kurz in meiner Einleitung schon gesagt, ich bin ein großer Fan von so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Also, dieser alte Spruch, der auch für Medikation ist, kann man auch sehr gut für das Thema BI Governance mit an sich heranführen und ich habe jetzt auch keine riesen Agenda mitgebracht, sondern wer vielleicht schon mal den einen oder anderen Vortrag gesehen hat von mir, der dürfte wahrscheinlich wissen, dass ich das immer nach drei Sachen mache, immer nach dem Why, also dem Warum. Also, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema BI Governance insbesondere mit dem Power BI Service und dort den Möglichkeiten, denn das How, also das Wie, machen wir es dann genau, also was haben wir denn auch für Möglichkeiten im Power BI Service und dann das What nochmal überzugehen, aber auch dann vielleicht, was haben wir, ich sehe gerade schon, da kommt schon was in den Chat, okay, steht nichts dramatisch, okay, da gehen wir gleich mal eben drauf ein, aber Florian, lieben Dank schon, dass du die Fragen da mit reinnimmst, aber ich nehme es auf jeden Fall schon mal gleich eben mit. So, also, das ist eine Slide, die ich immer ganz gerne auch in Workshops immer mit reinnehme, gerade wenn wir über das Thema unternehmensweite Einführung von Microsoft Power BI sprechen, weil auf diesem Slide einfach komprimiert ganz, ganz viel schon mal steht und da möchte ich euch einfach so ein bisschen durchführen, die Slides bekommt ihr alle im Nachgang, auch von Michaela, also von daher, ihr müsst nicht fleißig mitschreiben, sondern genießt einfach und stellt sonst einfach gleich Rückfragen. Und es gibt so klassischerweise immer, man kennt es sonst immer unter dem Projektreieck, also Zeit, Budget, Qualität und so gibt es das irgendwo bei einer unternehmensweiten Einführung auch und so haben wir dort aber quasi andere Anker. Einmal den Business User, also die Fachabteilung, wo quasi die Anforderungen gesammelt werden, wo aber auch der Wunsch ist, Ad-Hoc-Reporting durchzuführen und natürlich, das kommt noch viel, viel stärker raus, dass diese Fachabteilungen untereinander kollaborieren möchten. Deswegen haben wir bei den Datenturnieren auch bei uns aufgenommen, dass wir Analyseplattformen erstellen auf Basis von Microsoft Power BI, die halt unter anderem in Teams integriert ist, wo wir auch den Collaboration-Tile einfach mit drin haben. Das wird immer, immer wichtiger und damit meine ich jetzt gar nicht die Anmerkung in gewissen Kennzahlen zu machen, sondern wirklich das Kollaborieren, das Zusammenarbeiten, das Zusammenerstellen von Berichten, aber auch die Analyse und die Ableitung von Empfehlungen nachher aus so einem Bericht. Das passiert immer so auf der Fachabteilung. Auf der anderen Seite gerade so in den klassischen Mittelstandsunternehmen, vielleicht auch gehobenen Mittelstandsunternehmen, die eine eigene IT-Abteilung unterhalten oder vielleicht auch ein BI-Team sogar haben. Das kann ja auch mal nur aus ein, zwei Leuten bestehen. Da liegen dann meist solche Kompetenzen wie, dass wir uns um das Thema Datenorchestrierung, Datenintegration, Datenbewirtschaftung kümmern, aber auch auf das wiederkehrende Enterprise Reporting ist. Also alles, was so in Richtung Alerting, Bursting geht, dass das einfach wirklich oft in den BI-Teams oder in den IT-Teams gemacht wird. Aber natürlich müssen wir uns auch nichts vormachen. Viele IT-Leiter oder IT-Mitarbeiter sind ja auch heute hier auf der Summit. Vielleicht kennt ihr es selber. Ihr wollt ja einfach ein bisschen die Last einfach weg haben. Ihr müsst sicherstellen, dass es den Betrieb quasi aufrechterhält und auch wissen, was dazu passiert. Dazu habe ich gleich nochmal was. Oder halt wirklich die großen, schwerfälligen Berichte, weil sie sehr viele Transformationsschritte machen, wo der Fachanwender vielleicht auch mit der Zeit einfach etwas überfordert wäre. Also das sind immer so klassischerweise die beiden Mitspieler auf dem Feld. Und dann haben wir quasi noch so den überlappenden Teil. Also ich habe es mal Central IT oder Core IT genannt, wo wir dann über beide Teams, wo wir dann das ganze Thema Trainings und Weiterbildung haben. Dann aber auch das Thema Data Governance. Und ich muss heute vielleicht mal auch sagen, was wir heute machen, ist über das Thema Power BI Governance etwas zu sprechen. Wir sprechen nicht über die gesamte Data Governance, weil das wäre quasi ein eigener Track wert und wahrscheinlich ein eigener Tag. Darum wird es heute nicht gehen. Wer da einfach Interesse hat, einfach morgen nochmal in den Workshop einfach kommen. Ich werde auch nochmal teilnehmen und dann können wir da gerne auch nochmal ein paar Themen nochmal zu aufgreifen. Dann ist es natürlich das ganze Thema Enablement, also Notzeakzeptanz schaffen, weil ihr könnt euch auch vorstellen, also wenn ihr schon ein BI-Tool eingeführt habt, vornehmlich vielleicht auch Microsoft Power BI, dann ist es natürlich so, das wissen wir alle inzwischen. Klar, wir suchen Multiplikatoren, Leute, die Feuer und Flamme für diese Technologie sind, aber das ist halt nur die eine Seite der Medaille, weil das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, dass wir ein großes Lizenzgrab aufmachen. Das heißt also, die Nutzer die Berichte gar nicht konsumieren, das Tool nicht öffnen oder auch keine neuen Berichte erstellen. Das heißt also, der einzige, der gewonnen hat, ist Microsoft, weil er im Unternehmen sehr viele Lizenzen platzieren dürfte. Das ist das ganze Thema Enablement Adoption. Auch ein ganz gutes Thema, können wir gleich mal gucken, ob da noch einige Fragen zu kommen, weil wir haben auch ganz gute Erfahrungen gemacht, wie man solche Communities etabliert in Unternehmen, die jetzt mit einem überschaubaren Zeitinvestor beim Kunden, weil wir müssen natürlich immer sagen, wir haben halt gerade im Mittelstand, auch behobenen Mittelstand, oft nicht immer die Ressourcen intern, dass man auf jeden Fall einen oder mehrere Mitarbeiter einfach mal ein bis zwei Tage pro Woche für sowas freistellen kann. Das ist es halt nicht und da haben wir ganz clevere Formate, glaube ich, gefunden. Also können wir gerne auch nochmal drauf anhören. Aber natürlich das ganze Thema Beschaffung, aber auch natürlich Administration. Das ist mir ganz, ganz wichtig und jetzt muss ich nochmal weitergehen. Ich hatte es ja am Anfang gesagt, quasi Fachabteilung und Power BI rühmt sich ja mit ein Self-Service-Tool zu sein und ich habe es einfach nur nochmal markiert, weil ich einfach gesagt habe, darum geht es quasi auch einfach. Wenn wir über das Thema Self-Service sprechen, dann sprechen wir über die Themen Kollaboration, dann sprechen wir über das Thema Ad-Hoc-Reporting, aber wir sprechen aber auch Anforderungen, die aus dem Fachbereich im besten Fall sogar selbstständig beantwortet werden können, weil sie die entsprechenden Datenquellen in Leitplanken zum Beispiel vom BI-Team oder vom IT-Team schon maßgeschneidert zugeschnitten bekommen haben, die sie dann auf einer Datenrampe abholen können und dann wirklich Self-Service auch wirklich durch explorative Datenanalyse das selbstständig machen können. Deswegen finde ich es nochmal ganz wichtig, nochmal zu wissen, dass Self-Service sehr stark auf die Fachabteilung quasi hingeschifftet wird. Das ist auch oft vielen nicht klar. Viele denken immer, wenn wir ein Self-Service-BI-Projekt starten, dass es ein IT-Thema ist. Das ist es, ich möchte nicht sagen mitnichten, aber es hat einfach nur einen sehr kleinen Anteil. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Schön, dass du bis hierher geschaut hast. Wenn du das Video weiterschauen möchtest, dann melde dich einfach auf unserer Lernplattform M365 Circle an. In der Videobeschreibung findest du den Link, wie du da hinkommst und du kannst dir natürlich auch für eine unserer weiteren Summits, M365 Summits, ein Ticket holen, kostenfrei oder du unterstützt uns mit einem Supporter-Ticket. Also, klick auf den Link in der Beschreibung und schau dir das vollständige Video an. Wenn du uns weiter noch unterstützen möchtest, dann kannst du auch unseren YouTube-Channel abonnieren und am besten noch die Glocke aktivieren. Und vielen Dank, dass du bei der nächsten Summit auch mit dabei bist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 äischenอ.